Podcast von Sven Heidenreich, der 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 Podcast von Sven Heidenreich, präsentiert von Yamaha DJX. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 128. Ja, das war mal mein selbst gebasteltes Intro, was ich mit dem DJX gemacht habe und mit dem LS14. Also auch die Stimmen habe ich dann über die LS14-Mikrofon eingesprochen. Ja, einfach mal, damit ihr mal hört, wie ich zurzeit arbeiten muss. Und ich muss sagen, ja, es ging, aber ja, der DJX macht doch schon sehr so Brummengeräusche und sowas alles. Also so ein bisschen im Hintergrund. Also ist natürlich klar, die Technik 98 war natürlich oder 97, die war halt noch nicht so weit. Also ein neues Keyboard ist da schon ein bisschen abgeschirmter. Und ja, also wie schon gesagt, das war mal ein Versuch. Ja, ich werde das Intro vielleicht auch ein paar Mal benutzen. Ist ja ganz lustig geworden, ehrlich gesagt. Ja, auch der Name Podcast von Sven Heidenreich wurde darin ein bisschen verewigt, ist auch okay. Ja, somit einfach mal so zum Spaß, ja, kurz mal aufgenommen. Jede Spur einzeln eingespielt über den LS14 und dann die paar Stimmen noch reingesprochen. So ist dieses, ja, und dann habe ich noch ein bisschen, ja, bei Audacity habe ich noch ein paar Bässe und Höhen reingegeben. Ja, das war es denn eigentlich schon. Ja, und so ist momentan mein Arbeitspensum, meine Arbeitsausrüstung, ja, wie gesagt, nicht so doll. Also richtig Tracks produzieren würde ich mit dem DJX nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, für so ein Intro reicht. Das ist ja auch nicht lang, das Intro. Und ja, jetzt wisst ihr wenigstens, wie sowas klingt oder wie so ein Intro wahrscheinlich in den 90ern geklungen hätte. Ja, und ja, mein PC läuft hier noch. Ich trinke hier noch einen Kaffee. Ja, ansonsten ist heute nicht viel passiert. Ich habe sehr viel geschlafen eigentlich. Ja, das ist das übliche halt. Aber, ja, dachte mir, das mit dem Intro muss ich jetzt nochmal machen. Und, ja, dann würde ich mal sagen, trinken wir noch ein Käffchen zusammen, Leute, von heute. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn schon wieder hier? Ach so, das ist ja unwichtig. Das hatten wir ja schon mit dem komischen SMS, aber hier habe ich jetzt nochmal eine Nachricht bekommen. Ja. Also, Leute von heute, ihr habt jetzt mal einfach so ein selbstgebastetes Intro gehört mit dem Yamaha DJX. Ja. Deswegen ja auch präsentiert von Yamaha DJX. Ja. Man hätte natürlich auch einen Werkspeed nehmen können, aber ich habe mir gedacht, nee, was Eigenes ist vielleicht doch ein bisschen besser. Gute Haus, schon ein bisschen mehr. Aber dafür, ja, ist es was Eigenes und, ja. Ja, als kleine Probierfolge reicht das ja. Das war also die 128 und wir hören uns in der 129 wieder. Bis denn dann oder bis dann denn oder wie auch immer. Ciao, ciao. So, die Hold-Funktion ist leider drin. Also muss ich sie rausmachen, um dieses Gerät zu entsperren. Danke für den Hinweis. Also, bis dann. Ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Sven von Podcast von Sven Heidenreich.